Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Operation Raccoon Steve. Da hinten wartet irgendwas auf uns und ich glaube es mag uns nicht sonderlich. Hallo. Ah, noch mehr Licker. So, noch kurz nachladen. Ah, noch kurz nachladen. Bitte weniger lecken. Danke. So, was haltet ihr von, wenn ihr euch mal kurz zurückzieht? Ich gebe mir nämlich mal Heilung und noch ein wenig Munition. Ihr lebt aber alle noch, ne? Mehr oder weniger. Dankeschön. So. Weniger, wir haben mal mehr Heil. Oh. Immer noch welche. Jo. Das war dann wohl der letzte. Okay. Äh, hier war genau mein Crouch. Sehr gut. Muni können wir auch gut gebrauchen. Obst, dann Granaten haben wir voll. Antivirus haben wir voll. Was ist das? Was ist das? Delta Team, der EMP-Supply-Jobber ist inbound. Geht zu dem Roof. Okay, mir fällt gerade ein, ich habe hier wieder nicht nach Kameras geschaut. Die sind auch scheinbar keine. Okay. Na. Ich nehme das zurück. So, bitte nicht so sehr anlecken. Ich habe gerade Heilung. Vollheilung wird vielleicht okay. Na komm, wir kommen ja eh nicht mehr zurück. Hm? Ja, ja, ist okay. Na dann, alles rein hier. Das ist schon Kameras, 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 Kameras. Auf, so. Damit wird ihr dann erstmal weg. Haben wir es abgekriegt? Glücklicherweise nicht. Dortchen piekt mit neben. Gut, die haben sich ein bisschen halt auch mal geheilt. Cool. Ist hier sonst noch irgendwas an Daten? Ja, tatsächlich. Wenn wir alles haben, schmeiß ich die direkt mal in den Laptop da unten rein. Also scheint es sich halt auch wirklich zu lohnen, das aufzuheben. Aber du weißt halt nicht, ob noch irgendwann ein Laptop kommt vor Ende der Mission. Von daher, muss ich hier gehen. Hätte ja sein können, dass es auch irgendwas bringt. Das können wir auch nochmal gucken, ob ich hier noch eine Kamera übersehen habe. Ich glaube aber eher weniger. Da geht's weiter. Ich möchte mich aber erstmal hier nochmal wütlich tun. So, leben brauchen wir nicht. Hier wird wahrscheinlich auch zu sein. Jo. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier eh nicht auf... Na, wahrscheinlich kommen die später. Auf Soldaten treffen. Hätten wir auch ein schweres MG nehmen können oder so. Ihr habt scheinbar Spaß da oben. Oh ja, erstmal gucken, ob da unten noch was ist. Kameras, Kameras. So, alle da. Möchtet euch ein bisschen mehr aus, habe ich den Eindruck. Arme Vector. Die eigentlich wiederbeleben, ne? Können wir einfach da die Waffe dann klauen. Ich bin mit der eigentlich doch ganz zufrieden, muss ich zugeben. Ich denke, wenn wir da die rausspringen, kommt dann der Heli. Von daher... Erst nochmal gucken. Daten, Überwachungskameras. Wer weiß, was hier noch alles rumliegt. Wo sich hinvegetiert. Leben auf jeden Fall. Das scheint aber tatsächlich gewesen es zu sein. Okay. Okay. ! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Schauen wir mal. Das wegballern. Gucken, ob irgendwo Dings sind. Da hat man auf jeden Fall. Blinkt es noch ein wenig? So, können wir jetzt eigentlich hier mal raus? Na gut, dann gehen wir da runter. Gute Nacht. Ja, ich glaube, von hier oben wäre erst mal ein paar Zombies ausschalten. Wenn die nicht halt immer mehr werden. Das ist halt auch so eine Frage. Aber wir haben halt auch einen Moni zum Nachfüllen. Da ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist kaputt. Ist nur etwas ungünstig gestorben gerade. Das kannst du mal schön knicken. So, dann wäre das aber tatsächlich auch gerade weg. So, Ausgang wäre... Okay. Hier wäre noch ein Kraut. Brauchen wir nicht. Hier wäre noch ein Kraut. Okay, und nochmal kurz gucken, ob hier irgendwas an Daten oder... Ja, Kameras ist es. Ah, Hunter. Da fällt mir halt einfach mal um. Da wäre mehr als genug Moni am. Es ist ja... Feuerpower. Erstmal kein Akt. Kameras. Da hätten sie noch ein paar Minen. Dann passt ein wenig in der Trieb. Dann seid ihr hier. Bei euch noch. Kamera. Nur Bränder-Hunter. Du lebst aber noch, oder? Hier geht es halt nun nicht gut. Okay. So, noch ein paar Daten. Sehr gut. Ich dachte, ich habe nämlich gerade lange schon keine Daten mehr gehabt. Aber das geht jetzt hier weg. Leichensäcke. Ich weiß ja nicht. Okay. Dann sind wir jetzt mal draußen. Das erste Mal. Ja. Und gut sieht, wie man es kennt und liebt. Mehr oder weniger. So. Kamera. Das ist sonst noch irgendwas von Interesse hier. Du könntest mal nur runter heilen, ne? Barbershop. Haben wir auch noch. Dann halte ich halt mal. Dann halte ich halt mal. So. Dann sieht es nämlich nicht mehr ganz so schlimm aus. Barbers Taverne. Oh. 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 Sonst ist hier aber tatsächlich erst mal nix. Na gut. Na gut. Mit dem MG dann doch etwas besser beraten. So. Da kommt man mit. So. erstmal die Dings aus. Das ist noch der Verstärkungsraum bis hier schon. Hm... Was habt ihr noch Schönes hier? Muss ein wenig rumgefauern. Der Granat ist nicht schlecht. Nehm ich gerne mit. Ich glaub, das Soul Drive brauchen wir grad nicht. Bleib ich doch lieber hier bei dem. Hab ich grad was geblinkt? Sobald ist es auf der anderen Seite. Das ist keine Sicherheitskamera. Sieht zwar etwas ähnlich aus. Hm, der Peil war tatsächlich ja noch zu finden. Neun Stück, glaub ich. Ein bisschen was an Heilung. Dankeschön, jetzt brauchen wir auch keine. Bin wir da eigentlich durch? Nö. Das war eigentlich angeschlagen. Großartig. Ich glaube ja nicht. Aber gut. Wenn du dafür jetzt ein Heilspray verwenden willst, du verschwenden. Aber dafür seid ihr, glaub ich, jetzt auch wieder alle geheilt. Von daher... Ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja dann. Schauen wir mal ein bisschen weit nach Überwachungskameras. Naja. So, und hier haben wir voll. Hier haben wir jetzt IMP-Dinger. Das könnte eventuell eine sein. Allerdings sollten wir hier auch erstmal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.